Königin Mere von Dänemark hat zum ersten Mal seit ihrer Thronbesteigung dem mit Spannung erwarteten Finale der Handball-Europameisterschaft 2024 der Männer in Köln beigewohnt, um ihre Unterstützung und ihre königliche Pflicht zu zeigen. Das Spiel, ein nervenaufreibendes Duell zwischen Dänemark und Frankreich, zeigte den Höhepunkt des europäischen Handballs. Die Lanxess Arena, die für ihr großes Fassungsvermögen und ihre farbenfrohe Atmosphäre bekannt ist, war Schauplatz dieses großen Sportereignisses. Königin Mere, gekleidet in ein schickes rotes Jackett und eine weite dunkle Hose, akzentuiert durch eine stilvolle burgunderfarbene Brille, strahlte eine Kombination aus Eleganz und Begeisterung aus. Ihre Anwesenheit symbolisierte nicht nur die königliche Unterstützung für den dänischen Sport, sondern markierte auch einen wichtigen Moment in ihrer Regentschaft als frisch gekrönte Monarchin. Das Spiel selbst war ein wahres Wechselbad der Gefühle. Dänemark, angeführt von seinem geschickten Torhüter Emil Nielsen, hatte das Spiel gut im Griff, aber eine starke französische Mannschaft schlug zurück, so dass es in der Verlängerung zu einem Krimi kam. Am Ende siegte Frankreich mit 33, 31. Trotz der Niederlage war der Einsatz der dänischen Mannschaft einfach heldenhaft, und Königin Mere gratulierte der Mannschaft auf Instagram zu ihrer Silbermedaille. In einer rührenden Geste des Sportsgästes und der königlichen Anmut unterhielt sich Königin Maria während der Siegerehrung mit den Spielern und dem dänischen Handballtrainer Nikolai Jakobsen. Ihre Teilnahme verlieh der Veranstaltung eine besondere königliche Würde. Begleitet wurde sie vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der die Bedeutung dieses internationalen Sportereignisses hervorhob. Die Veranstaltung war mehr als nur Handball, sie spiegelte das Engagement von Königin Mere für ihre königlichen Pflichten und ihre Liebe zum Sport wider. Das Spiel fand vor dem Hintergrund bedeutender Ereignisse im dänischen Königshaus statt. Anfang des Monats bestiegen König Frederik X und Königin Mere den Thron, nachdem Königin Margrete abgedankt hatte. Gleichzeitig wurde das neue Buch von König Frederik über seine Regentschaft und seine persönlichen Erfahrungen zu einem Bestseller in Dänemark. Handball, ein Sport, der seit seiner Einführung durch dänische Schullehrer im Jahr 1897 tief in der dänischen Kultur verwurzelt ist, ist eine Quelle des Nationalstolzes. Die Teilnahme Dänemarks an diesem Sport, insbesondere der olympische Erfolg der Frauenmannschaft, ist ein Beweis für die sportlichen Fähigkeiten des Landes. Die Anwesenheit von Königin Mere bei den Meisterschaften und ihre anschließende Interaktion mit der dänischen Mannschaft unterstrichen die Verbundenheit des Königshauses mit dem kulturellen und sportlichen Erbe des Landes. Ihre alleinige Teilnahme an den Meisterschaften in einer Zeit des Wandels in der dänischen Monarchie war nicht nur ein feierlicher Auftritt, sondern ein Zeichen der Kontinuität und des Engagements für das dänische Volk und seine Leidenschaften. Jetzt, da Dänemark und die Welt sich auf künftige Sportereignisse freuen, ist die Anwesenheit von Königin Mere bei solchen Veranstaltungen eine Erinnerung an die einzigartige Verbindung von Königtum, Kultur und Sport. Ihre Anwesenheit bei der Handball-Europameisterschaft war ein starkes Symbol für diese Verbindung und ein Moment, der dem dänischen Volk noch lange in Erinnerung bleiben wird.